Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence mit von Lea Gameplays als Hobby, das bin natürlich ich. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie mit der Kleinen, die sich als Königin herausgestellt hat, ja, die Sucher hier abwehren und das machen wir jetzt einfach mal. Ein Seil am Boot? Ah, ich seh's schon, das ist hier oben. Aber gut, da oben komm ich nicht hin. Hm, riecht wie das Zeug, das Miss Clock immer in den Kaffee kippt. Hm, was ist denn? Das kitzelt jetzt ein bisschen, aber das merkst du schon nicht. Du merkst mich ja nicht mal. Das war mir so klar. Oh, die Tür ist fast kaputt, stimmt. Sehr schön gemacht. Ich habe ihn gewarnt. Ja, das habe ich. Alles okay bei dir? Ja, alles klar. Wir können weiter. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Sie ist die Königin. Ja, ja. Auf in die Stadt. Und Cedric ist überhaupt nicht begeistert, dass er nur der Hofner ist. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Cedric, kommst du? Ja, doch. Wollte der Cedric gerade in der depressiven Phase in das Wasser springen? Das wäre jetzt nicht mehr so kindergerecht. Gut, Kinder wissen jetzt auch nicht, was er damit meinte. Aber ich schon. Wie ist der Plan? Sollen wir uns etwa alle unter Rinis Mantel verstecken? Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon, Noah. Hinterher! Wen meinst du? Ich bin's Hedwig. Na komm! Oh, er ist kein König. Bombe tickt. Müsste sie nicht... Achtung! Na toll. Brücke kaputt. Scheiße! Haha! Hab's doch gleich gesagt! Okay, der Noah geht mir schon mittlerweile auf den Sack. Und nun? Euch bestimmt auch. So ein Miese-Peter will keiner. Leute, helft mir mal die Planke über den Abgrund zu schieben. Und dann stellt euch alle auf das Ende da drauf. Gute Idee. Sedgwick soll rüberhüpfen? Sedgwick, dann komm du auf die Planke und spring rüber! Warum nicht? Nein, das schafft er nicht. Er kann nicht gut springen. Aber im Abstürzen bin ich gut. Schlechte Ery-Dynamik, wie Noah sagen würde. Meinst du, so kann ich dich rüberwerfen? Glaub ich auch. Irgendwie wusste ich's. Okay. Ja, Spotty, prima machst du das. Nein, die Planke ist zu leicht. Versuch dich mal schwerer zu machen. So, damit hätten wir's doch, oder? Ja, Spotty, prima machst du das. Und jetzt hüpft er nach dem anderen rüber. Was ist denn das jetzt? Was müssen wir da jetzt machen? Was ist das hier für ein Gekritzel? Achso, okay. Okay. Da drüben fehlt es gewichtsmäßig noch an Ausgewogenheit. Immer noch? Okay. 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 Mehr Gegengewicht, Leute. Okay. Alle Götter des Gleichgewichts. Wenn schon. Okay. 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 Hurra, es hat geklappt. Aber es sollte wohl so sein. Spottie! Oh nein! Hab's ja gewusst. Wir müssen Spott helfen. Er ist ins Wasser gefallen. Er wird's überleben. Eilt euch! Komm, Rini, schnell! Aber Spott... Wir suchen unsere Leute zusammen. Und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Shana. Keiner hält dich auf! Der Kerl... Nervt! Ich kann wohl da irgendwas hin. Okay. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Haha. Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Samuel sprach nur von einem Gott, aber hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini! Kyra! Wo seid ihr? Ich sehe Kyra zum Beispiel hier mit dem Splitter. Rini ist hier. Eine Laterne ohne Kerze ist wie Noah ohne Rini. Von Kyra gibt es eine Statue? Hm. Vielleicht weil sie eine Kriegerin ist. Wow! Eine Statue von Rini. Klar. Sie ist ja die Königin. Ich wusste auch, der kann es nicht leiden, dass seine kleine Schwester die Königin ist. Tal der gefallenen Götter. 1, 0, 0, 0, 0. Silence. Sharnas Adresse. Mann bist du lustig! Hier! Hallo Sam! Hallo Sharna! Dass wir uns nochmal über den Weg laufen... Was? Das letzte Treffen war nicht gerade das, was man gern in Erinnerung behält. Ich schwamm drüber. Du kannst ja nichts dafür, dass du Dinge erzählst, die keiner hören will. Du bist schließlich ein Orakel. Und du bist immer noch derselbe Clown. Also lustig finde ich diesen Clown nicht. Diese Steinstatuen draußen, das sind doch nicht wirklich Rini und Pyra, oder? Doch. Aber wieso? Warum? Das hier wird eine Prüfung für dich, Sadwick. Und sie hat schon begonnen. Bist du in der Lage, diesmal das Richtige zu tun, Sadwick? Na klar. Fang damit an, Rini und Pyra ihre Lebenslichter zurückzubringen. So kannst du beide befreien. Ich stelle dir einen magischen Thron zu sein. Bedenke, dass der Thron symbolisch für den Herrscher von Silence steht. Und also auch so funktioniert. Hast du das alles verstanden? Yep. Das heißt, auf den Thron sollten wir uns nicht setzen, weil wir sind ja auch sowieso nicht der Herrscher. Und ich glaube, sobald wir uns auf den Thron setzen, ist es vorbei. Ganz schön romantisch. Erwartest du heute noch jemanden? Das sind nicht bloß Kerzen, sondern Lebenslichter. Geht eine Flamme aus. Erlischt damit ein Leben. Ups. Entschuldigung. Okay. Hier geht's wohl nicht lang zurück. Hier geht's wohl nicht lang zurück. Ja, wir haben hier zumindest eine Laterne. Sie oder Rini. Sicherheitshalber erstmal sie. Oh, das erinnert mich an kalte Abende im Regen. Wenn ich mit meiner Laterne den Weg zum Zirkus wies. Und keiner kam. Okay, anscheinend können wir das nicht machen. Bewirkt gar nichts. Oh, das erinnert mich an kalte Abende im Regen. Wenn ich mit meiner Laterne den Weg zum Zirkus wies. Kann ich nicht mit der Laterne... Wann kann ich mit der Laterne nicht da zurück zu der Höhle rein? Das sind eindeutig Küras Gesichtszüge. Nur ein klein wenig weicher als sonst. Das ist also der wundersame Thron. Da hinten steht was drauf. Im Zustand der Melancholie ist man von Finsternis geblendet. Ein großer Narr, der das gesagt hat. Mal sehen, was er so kann. Gar nichts. Bewirkt gar nichts. Hmm. Obwohl es noch ein Fade, was wir machen müssen. Nochmal mit der ollen Quatschen? Ich weiß ja nicht. Irgendeine Kerze mitnehmen können wir wohl auch nicht. Dieser magische Thron kann überhaupt nichts. Wenn ein Frosch auf Klaviertasten springt, kommt auch kein Konzert dabei heraus. Hm? Was willst du damit sagen? Der Thron gehört zum Herrscher von Silence. Du bist es nicht. Können wir denn noch weiter zurück? Oder können wir nur zwischen Orakel und hier hin? Nee, weiter zurück geht wohl nicht. Ich befreie dich, Rini. Und wenn es das Einzige ist, was ich hinbekomme. Tja, dann bekomm es doch mal hin. Ich frage mich, warum Rini diesen traurigen Hohlkopf tragen muss. Das ist eine Symbolik, die kein Mensch versteht. Doch, das ist deine Symbolik. Das ist dein Trauerkopf. Das habe ich verstanden. Da passiert nichts. Ist ja klar, wir sind nicht der Herrscher. Aber wieso kann ich mit der Laterne nichts machen? Bringt natürlich nichts. Bewirkt gar nichts. Lass die scheiß Latein doch mal da drauf stehen, ey. Hm. Man kann ja aber rein gar nichts machen, ne? Ist eigenartig. Okay, es tut mir leid, aber ich komme jetzt erstmal nicht weiter. Und wir werden wahrscheinlich dann erst im nächsten Teil weiterkommen. Und verabschiede mich hiermit schon mal. Das war Silence mit von Lüge. GameBliss als Hobby als mit mir. Und wenn es euch gefällt, ihr dürft gerne einen Daumen da lassen. Nach oben natürlich. Und wenn nach unten, dann bitte auch warum. Also als Kommentar bitte unten hinschreiben. Warum Daumen nach unten. Aber ihr dürft natürlich auch so gerne Kommentare einschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr dürft auch mich gerne abonnieren. Dann kriegt ihr natürlich Bescheid, wenn ihr nächstes Teil hochkommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play. Sonst wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und generell auf YouTube. Und bis dann. Tschüss.